hallo und herzlich willkommen zu ja einen kleinen nebenprojekt nehmen wir nicht das jetzt der ausweich projekt weil heute attack of the beat im schmarrn ksl nicht kam dann dachte ich mir ich zeige euch mal kurz eine andere art von modpack das ist hier magic farm 2 jetzt ist lustig ich habe ganz viele bücher box ist drauf wie man sieht mit höchsten die wasser tinkers es ist ein prozess ich weiß gar nicht wie ich jetzt das war und der survival guide für magic world den sollte man sich auf jeden fall durchlesen wenn man es noch nicht kennt ich habe es schon mal angespielt was ist das mit jeder bion eigentlich ist einfach lust weil enthält bio macht du scheiße ich gehe da weg weil ich nicht rennen meistens sind ja modpack so dass sie durch oder dass sie durch ihre ihre technik mords oder der magie mords so bis in das leben erleichtern im minecraft die mut ist hier das modpack ist hier ein bisschen anders ist es schwer zu sagen das ganze was ist denn nach dem ding ja und wie sehr das ganze so schwer das werden wir jetzt in einem laufe sehen ich weiß nicht wie lange ich das machen werde dass er bloß als ersatz für ksl dienen sollte wollte ich halt nur so einen kleinen einblick geben denke so viertel stunde 20 minuten auf jeden fall also 20 minuten auf jeden fall weil es so lange ist auch eine ksl folge ein bisschen holz ein stamm behalte ich das holz drauf das muss ich kurz huch crafting table soo welches dinge ging nicht mehr ich glaube spitzhacke ging nicht genau schaufel genau schaufel ging das einzige vanilla ding ich werde zeigen das geht ja wirklich gar nicht achst geht zum beispiel auch nicht ging eigentlich ein schwert ich weiß es gar nicht mehr nein schwert geht auch nicht nur so mal als das hinweis also magic farm bietet euch wenig möglichkeiten ihr müsst wirklich hier auf tinkers construct gehen hier brauche ich dann 1 2 3 4 brauche ich davon dann brauche ich gleich nochmal holz und das gemeine ist bei den tinkers construct sachen ihr könnt auch man kann hier auch keine ähm holzwaffen machen ich glaube man kann nicht nur mal steinwaffen machen stein die die steinparts kann man zwar machen aber die sind halt nur gedacht damit man das für die schmelze für die die casts dass man die machen kann gedacht also das crafting wurde so davon ausgeschaltet abgeschaltet so einen davon behalte ich einmal den da so jetzt ein crafting table brauche ich dann brauche ich einen tisch dann habe ich alles oder genau ein part builder der pattern chest tool station oder ein stencil table gut habe ich das schon mal alles ein sapling so und daraus gleich mal die crafting station so das wichtige ist jetzt hier vor allem essen zu finden am liebsten hätte ich jetzt stein bloß und dann mit tinkers construct machen was zu machen ist das erste erstmal flint zu besorgen flint ist jetzt essentiell wichtig ohne flint kann ich hier diesen durchgang eigentlich schon komplett vergessen finde ich jetzt hier am besten flint na ich will auch nicht rennen da hinten sind berge da hätte ich da gleich hingehen sollen also sagen wir so das ist jetzt noch ein schwierig also erschweren das survival modpack möchte ich fast sagen der der netten noch netten art es gibt das ganze noch ein bisschen extremer bisschen ist gut es gibt das ganze sehr extrem wo man sogar hunger leidet und was weiß ich weiß ich glaube das ist sogar auf hardcore eingestellt muss ja fast oder ich bin mir grad nicht mehr sicher ob das hardcore ist es gibt auch zwischen viele solche modpacks mit der hardcore questing mod wo man dann noch sachen auffüllen muss aller agrarian skies kleines und die ich bin unter reis ich brauche jetzt unbedingt kies ohne kies wird das mit werkzeugen nämlich nix und kies ah das kies ich brauche nämlich flints weil ich brauche ja eine spitzsacke für steine geil kies hab ich noch nicht so sehr über kies gefreut wie in diesem modpack wie viel holz habe ich noch gut ich habe noch ein bisschen also jetzt könnte ich noch verschaffen machen also das sind sozusagen die ersten dinge die wir hier am anfang machen muss für die kies und danach eigentlich finde ich was zu essen wo dabei ist gleichzeitig am besten so habe ich das jetzt nicht zu laut gestellt so drei habe ich schon mal könnte ich eigentlich kurz crafting station ich brauche mal stencil brauche ich zwei stencils shit stencils shit ich brauche holz ich brauche mal kurz stencil table machen wir jetzt aber man kann gerade keine spitzsacke sondern direkt einen axtkopf da kurz ein partbuilder hier sieht man auch aus uns ganz man kann aus stone aus flint aus bone obsidian another rack stone ist aber auch nur dafür gedacht wie gesagt für 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 die die schmierrezepte dann mache ich noch die toolstation 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 achst 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 jetzt habe ich keinen stick gerade dabei stick wechseln so dann habe ich schon mal meine hatchet muss ich erst mal reichen das ganze gleich her damit ich brauche ja vor allem da können wir die spitzsacke auch noch machen brauche ich kurz noch mal holz ei 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 so kohle ist da oben sehr schön so ich verstehe mich bloß hier wieder heute ist jetzt eigentlich abgeburt ich weiß es nicht noch so doof das ganze table so bleibt man vielleicht noch ein paar stimme zur sicherheit einfach jetzt zwei davon ist so für die spitze hacke ich natürlich einmal den dass das war das tun bei den part bilder spitze hacke dann müssen wir eigentlich auch reichen station so könnte mir direkt hier einlisten als hg so so sehr schön habe ich meine spitze sacke gut dann brauche ich gleich mal weil ich brauch steine für einen schuss sprich kohle wäre ich auch nicht schlecht ich habe doch hier war dann hier die kohle das sind immer die auch gleich mit der hunger der hoher nagt an mir ich kriege die bringen mir noch herzlich wenig schon mal wenn ich 16 kommen habt dann kann ich schon mal einen ofen bauen so ich habe doch hier eine crafting station das neues material sind die u schön brauche ich gerade nicht dann hier zack machen wir gleich weiter ich glaube wir bleiben gleich erstmal hier anfang heißt erst mal überleben da ist nichts mit schön machen und so überleben überleben um jeden zweck du weißt das hier noch nicht immer richtig hardcore viel schlimmer ich weiß gar nicht ob ich das gerade gesagt vorher mit mit dass man auch dass wir mods gibt bei dem auch durst bekommt je nachdem welchem million man ist natürlich schneller oder langsamer mit halluzinationen wenn man zu langer dunkelheit ist oder erstickt weil man zu lang in den tieferen höhlen ist also zu kleinen räumen wo die luft zu schlecht ist sollte man kurz hier dicht machen also da gibt es so ein paar mehr oder minder lustige sachen in anderen mod packs man kann nicht nur mit monstern das ganze schwierig gestalten schaut es nicht aus okay juicer nein ging die hier nicht verdammt falsches mod pack wisse ist das falsche mod pack nein 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 verdammt was konnte ich damit die noch mal machen ja sie sieht es schön und gut verdammt gab sie kein ist es nicht drauf tschüss tschüss weil es nicht so gemacht genau so jetzt geht es auf einmal okay war ich doch gerade panik um kurz die tür ja knapp daneben ist auch vorbei so kurz noch ein feckelschirm jetzt hier nicht gar so dunkel ist dafür jetzt noch ein block mal kurz das mit dem so man ist ja erstmal provisorisch zu dann brauche ich was zum futtern geht es überhaupt mit dem natürlich geht es mit denen nicht ach verdammt ich habe die falschen ja die geben auch gar so viel naja scheiße die bären geben bloß ein halbes well fed genau well fed bedeutet dass ich ja dass ich sehr gut fett bin also ich in der zeit kein kein hunger kein hunger verlieren kann was ja ganz gut ist wo sind die pattern chairs dann packen wir die doch mal da drauf und das darüber müssen wir eigentlich noch eine kiste machen so kiste noch mal die ganzen bücher da rein habe ja ein paar kies ah ja das praktische hier ist dass man kies ganz einfach auch so bekommt in dieser l-form zack das mal in sicherheit die juicer auch gab uns hier einfach mal ein bisschen weiter rein ich finde ja noch ein paar ärzte wo steht auch besonders scheiße hier kommen wir den da hin so ja und hier so sagen wir sind die neue art des überlebens ich finde es eigentlich ganz cool mal so richtige herausforderungen zu haben und das halt mit dem ort und dass man halt was ich auch wirklich cool für auch wenn es am anfang so ein bisschen nervig ist weil wenn man es nicht weiß dass man halt hier erst mit flint werkzeugen arbeiten muss man wirklich halt erst gezwungen ist flint zu finden ich kann ja jetzt ich habe jetzt ein bisschen stein ich kann es mal kurz zeigen da mit stein kann ich zwar jetzt sagen den hier aber hier steht kein augen will be used to make casts cannot be used to make tools also es ist wirklich bloß für casting table gedacht so bevor ich da jetzt wieder runtergehe das ist ein bisschen zu wenig nehmen ein paar treppen mit weil ich hasse es zu hüpfen außerdem verbraucht das hüpfen natürlich hunger was ich natürlich besonders scheiße ist dong und ich ran hier natürlich voll dagegen so hier ist der boden nach aus kiel sind sonst kann ich da noch ein paar neue werkzeuge machen lange habe ich das modpack noch nicht gespielt hat aber auch schon so zarte anfänge da habe ich inzwischen aber schon mein essens vorrat sozusagen gesichert in dem anderen grundgang weiß gar nicht was wir botze alles gerade drauf sind aber sind das technik modz drin also später kann es ist dann schon ziemlich wieder vereinfachen aber bis dahin heißt es erst mal überleben wo auch immer verschickt dann habe ich gerade gar nicht mitgekriegt ach schon ich bin ja in diesem bayern sind extreme hill biome drin na klar damit hätte ich rechnen müssen so nächsten tag müssen wir unbedingt was zum essen suchen weil hier unten in der höhle werden wir garantiert nichts finden gewann im ersten test war silber fisch sind noch mehr ist glaube ich extrem ungeil hier das möchte aufpassen dass meine schaufel effekt hat sache solchen da silber nuggets ok nehme ich auch silber nagels pro saplings den kann ich gar nichts machen oder wenn kindle berries wurde die jetzt trotzdem alle abgesehen von samen die menschen bringen kommen ich würde die alle auf bin ich jetzt auch damit bin ich jetzt nicht wohl fertig na super wahrscheinlich auch bis hin darauf an was ich mutter dann gehe ich morgen nächsten tag auf jeden fall raus so hier alles sichern dann muss ich die toolstation das lohnt sich fast gar nicht da mache ich mir fast eine komplett neue spitzhacke wollte bloß ein bisschen holz für naja dann lohnt sich das nicht das zu reparieren habe ich noch holz ich habe natürlich kein holz mehr na super kann ich mich hier raus trauen wie spät ist es denn okay schon nach mit der nacht aber ich habe doch treppen noch ein paar jetzt nämlich sagt manchmal vielleicht dann bequemeren aufgang hier naja so mehr oder minder ist an der seite so dann hier so gut dann komme ich wieder schneller hoch jetzt brauche ich noch ein bisschen holz kommt dazu mit auf mich zu jetzt habe ich natürlich von den ausgetrackt so ist ja echt ein meiner drauf ne eukalyptus das ist auch dieses schöne rosa holze ne habe ich das nicht letztens mal irgendwann mal gesucht gehabt im ksl ich habe gerade nicht mehr sicher so wieder ein bisschen holz beisammen tag wird es gerade mit der treppe ist eigentlich ganz praktisch so dann kann ich mir nochmal was mache ich denn dir das tolle rosa holz machen wir ein paar werkzeuge noch ein paar was gut ich mache mal ein paar schaufeln so ein zwei weil die geht es ja schnell kaputt so eigentlich vielleicht wirklich noch ein schwert machen das war ich denn dafür war natürlich eine klinge und was kann man denn nicht noch ab hier nehmen wir normales broadsword ich brauche einen white card white card geht auch so dann white card was brauchen das 0,5 es geht natürlich nicht mit dem holz na super aber ich kann das schwert ding machen ach nein da war ich schon wirklich na scheiße das ist ja gemein das geht denn da mal okay das geht wirklich auch nur aus starb kommen okay warfen wir auch erst aus metall 80 fix gut es hilft trotzdem nichts muss ich trotzdem irgendwie auf nahrungssuche gehen im zweifel tiere verhackstückeln ja dann nochmal bären ich bin es sind dann doch mal böse wölfe oh 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 wo ist brennt warte du verarscht mich doch grad slowness drauf ja super mein ding Dustin ok es geht ja grad noch auch schweine ihr armen schwein ihr müsst jetzt leider sterben ihr müsst sterben ja einen Für mein Wohl. Müsst jetzt leider drauf gehen. Aber ich nehme mich mit. So. Hua. Ne? So. Fünf rohe Fleisch. Super, das ist auch nicht so sonderlich viel. Da hat man noch Schafe. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so ein paar Schafe jetzt mit zu snacken. Vor allem, die geben A-Fleisch. Oh, Blueberries. Ah, ne, die Blueberries, die gingen ja nicht, oder? Erstmal. Wow, wie viel ich an Hunger verliere hier. Das ist unglaublich. Aber ich könnte mir ein Bett machen. Boah, verdammt. Das kriegen wir mit Juicer. Scheiße, ich habe mit Juicer vergessen mitzunehmen. Damit, was hätte ich jetzt unterwegs was machen können. Verdammt. Mist, 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 Mist. Was ist das? Also, ich habe jetzt ein bisschen Fleisch habe ich. Das ist eigentlich ganz gut. Boah, ich muss jetzt schnell zurück. Ich trottel habe mit Juicer vergessen. Ja, ich könnte mal sagen, wie euch dieses Mod-Pack eigentlich so gefällt. Ich finde es eigentlich mal sehr interessant, so ein bisschen das anders zu haben von Mod-Packs her. Also, von den Mods her, dass man mal survival-mäßig unterwegs ist. Also, richtig survival. Ich sage, man kann es noch übertreiben mit diversen anderen Mods. Dann gibt es auch eine schöne. Die ist richtig mies. Das habe ich auch schon angezockt. Da ist sogar der Boden-Untergrund anders. Die Physik ist auch anders gemacht. Da fallen die Steine sogar runter, wenn sie nicht befestigt sind. Also, das ist richtig cool gemacht. So, da rein. Jetzt habe ich die Kohle vergessen. Kohle. So, Juicer. Braucht unbedingt was zum Fuddern. Juicer jetzt immer dabei haben, am besten. Boah. Rechts oben steht der Hungry. Das war jetzt der Mini-Map. Aber ein bisschen kann man es schon noch lesen. Boah. So. Erstmal wieder Magen stehlen. So. Was kann man mit das Bett noch machen? So, für die nächste Nacht. Ah, Gott. So. Der Treppe ist noch zu viel. Wie schaut sie aus? Oh, lecker Fleisch. Om, nom, nom. Und dann noch ein weiteres. Flippt mit raus. Frag mich gerade, kann ich eigentlich? So, das geht. Aber dann mache ich mir nämlich gleich eine neue, halt hier, eine neue Spitzhacke. Eine Schwitzehacke. Ach, mit der geht es natürlich nicht. Ach, come on. Mach mal doch noch ein Stanzel. Äh, ich sollte ja auch hier was reinlegen. So, machen wir das Ding halt doch. So, jetzt wird es halt untransformiert. Jetzt kann ich es aber verwenden. Gut, dann habe ich das schon mal. Fleisch, so. Ich bin immer noch well-fed. Schauen wir mal, wie gibt es noch mal? Gerade mal eins. Nicht wie viel Vanilla mit vier oder fünf. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wie viel es gibt. Es gibt halt nur eins. Zu was muss ich jetzt zurechtkommen. So. Neue Rolle, neues Glück. Ich putze natürlich gerade immer wieder alles auf. Das ist etwas doof. Ich bin noch well-fed. Sprich, ich kann noch ein bisschen sprinten. Das sind noch Schweine. Ich müsste mir auch irgendwie ein Feld anlegen. Huch, soll gar nicht aufgepasst. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Weiß es nicht. Na doch, ich kann doch verlieren. Okay. Uh, das Barley. Oh, so ein riesiges Barley-Feld. Ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Das wäre natürlich jetzt episch. So, Barley's Camp. Wurde uns noch kühl. Doch, Meerschwein. Ich lasse die jetzt ausnahmsweise mal. Huch. Was hat das gerade? Kurzer Frame-Input. Ich glaube, da wurde irgendeine Struktur generiert. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe mich hier noch nicht weit vorgewagt. In dem Mod-Pack. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich mir so ein bisschen erkunden. Vor allem, ich weiß gar nicht. Sind dem Gemüse was drin? Wenn ich mir so ein Mod-Pack denke, dann gehst du einmal durch, dass du so großes Gras. Und dann hast du ja das Inventar voller Sepplinge. Aber das ist hier wahrscheinlich nicht so der Fall. Das Mod-Pack ist ja so angelegt, dass du immer am Hunger nagst. Kannst du ja trotzdem mal probieren. Aber ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen wenig Hoffnungen. Und das Problem ist halt, dass jeder Schlag halt... O-C-Crops. Geil. Ah, nein. War das nicht? Ah, scheiße. Die Hacke kam, glaube ich, auch nicht aus. Ich glaube, das war das. Ja, ich glaube, das war das. Dass man die... Die... Die Hoe zum Feldpflügen ist, glaube ich, auch nicht craftable, das erste Mal. Und ich glaube, auch nicht mit Flittens. Sprich, das nächste... Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, man muss sich eine Tink... Äh, ein Tinkers Matterhawk machen. Sehen wir gleich. Alter, wie viel Schweine. Ein Traum. Ich, äh... Muss hier mal kurz. Hi, Andy. Na, komm her. Ein Traum von Schweinen. Na ja, du Schwein. So, lassen wir den Rest mal leben. Dann eventuell vielleicht irgendwann später mal was haben, um... Äh... So, was ist noch kurz, äh... Kann ich mir mal kurz zeigen. Die... Spitze... Die Hoe geht so nicht. Die geht so auch erst recht nicht. Und Ne Hoe von Tinkers ist ja eigentlich... Ja, das Matterhawk, das hier noch gar nicht aufgelistet ist, weil wir dafür die Tool Forge brauchen. Ach, du Heilige. Wir brauchen eine ganze Smelltrip und vor allem Eisen. Ne, was kann ich mir da noch mal mit draus machen? Ach, du Psobo direkt, okay. Halt, guck mal her. Ja, schön. Also, ihr habt jetzt mal so ein bisschen Eindruck gewonnen, wie es in Magic Farm 2 ausschaut. Sprich, den Samen hier, den kann ich jetzt eigentlich so ein bisschen in den Hut stecken, weil er mir gerade überhaupt nichts nützt. Schön. Ich glaube, wir mal Samen und dann wird's nix. Wollen wir so gerade Nacht? So. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt so ein bisschen das Ausnahmeprojekt. Kommt wahrscheinlich auch... Ist auch wahrscheinlich jetzt auch später rausgekommen, als der neue KSL rauskommt, vor allem, weil in 13 Minuten KSL rauskommen sollte und ich das garantiert jetzt nicht so schnell hochgeladen bekommen. Vor allem, weil die Folge jetzt über eine halbe Stunde lang geht. Äh, ja. So, als kleine Aus... Nicht Ausweichprojekt, keine Ahnung. Entschiedigung dafür, dass KSL schon wieder mal ausgefallen ist. So, hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich komme hier wieder den Klassiker machen. Stell mich hier raus. Und, ja, vielleicht kommt ja morgen wieder KSL. Mal schauen, ob wir jetzt heute noch zum Aufnehmen kommen. Bis dahin. Ciao.